Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wo sich die neue Aszendenten Herausforderung der Woche 4 befindet, wie ihr dahin kommt, was es dort zu tun gibt und natürlich auch den Loot, den es am Ende gibt. In diesem Video starten wir dann direkt einmal in der träumenden Stadt beim Schnellreisepunkt und folgen einfach mal dem Video zu dem Portal, der uns dann in die Aszendenten Herausforderung führt. Ich mache einen kleinen Zeitraffer hier rein, damit wir da schneller am Ziel sind und währenddessen möchte ich sagen, dass ich das hier jede Woche mache und falls ihr das hier seht und noch neu seid und den Kanal noch nicht abonniert habt, es gibt noch weitere Aszendenten Challenges und falls ihr jede Woche danach auf der Suche seid, dann könnt ihr den Kanal hier gerne abonnieren, es ist ja kostenlos und schadet keinem. Mich supportet das persönlich, wäre daher euch sehr sehr dankbar dafür. So nun schauen wir uns aber den Weg ganz in Ruhe an und besprechen das Weitere, wenn wir da sind. Dort hier bei dieser Statue angebracht. kommen. Spätestens jetzt müssen wir dann den Aszendententrank trinken, der heißt Laubtinktur der Königin. Gibt es in eurem Inventar, ihr bekommt es ansonsten auch aus öffentlichen Events, aus den Kisten, aus Beutezügen, verlorenen Sektoren. Es ist ein Zufallstrop in der träumenden Stadt. Ansonsten könnt ihr es auch hier, wenn ihr da hinter mir irgendwo runter geht, bei so einem Händler kaufen, der ist auf der Map nicht gekennzeichnet, aber da kann man es für 50 dieser Byron Zweige kaufen. Jedenfalls, wenn wir es getrunken haben, könnt ihr wie im Video zu sehen ist, auf diesen Platten herumspringen und dann schlussendlich da nach oben zu der Statue gelangen, auf den Kopf. Wir springen dann ganz fix durch das Portal durch und sind nun in der Aszendentenherausforderung. Hier heißt es wieder ein wenig springen, hin und her, hopp hopp, bis wir dann am Ende bei dem, naja ich nenne es mal Altar angekommen sind. Dort befinden sich drei Ritter, die gerade ein Gebet sprechen und ein paar Hexen. Die Hexen schießt ihr am besten gleich weg und tötet dann alles andere. Auf die Ritter, da müsst ihr erstmal noch nicht drauf achten, denn die sind sowieso immun und reagieren auch noch nicht auf euch. Ihr müsst alle Gegner getötet haben, dann öffnet sich dieser Schar Magie Ball, wo dann das Schwert drin ist, das ihr aufheben könnt und sobald ihr das Schwert aufgehoben habt, geht die eigentliche Herausforderung richtig los. Ihr müsst nämlich alle Gegner töten, also nicht alle, sondern alle Ritter töten. Alle drei Ritter müssen tot sein und die können nur vom Schwert Schaden bekommen. Das ist gar nicht so einfach, denn es spawnen auch noch eine ganze Menge Besessene. Ich habe das hier ganz Solo gemacht, muss ich sagen, war nicht ganz einfach, falls ihr einen Kollegen dabei habt, dann ist es wesentlich leichter, wenn ihr dann nämlich sterbt, könnt ihr direkt wieder rein. Falls ihr Solo seid und sterbt, dann seid ihr raus. Könnt zwar direkt wieder rein, aber ihr müsst dann wieder von vorne anfangen. Macht das Ganze in Ruhe, nicht so viel Hektik, wie ich das hier gemacht habe. Wenn ihr Lust habt, dann rennt einfach die ganze Zeit im Kreis, bis ihr eure Super mit dem Schwert aufgeladen habt und dann könnt ihr die Ritter immer nur mit der Super schlagen. Ansonsten schaut, okay, falls der Ritter mal gerade alleine ist, dann könnt ihr euch mit ihm auch allein anlegen. Sollten die Ritter aber im Haufen laufen, würde ich da jetzt vielleicht nicht unbedingt reinspringen. Die machen doch schon ziemlich hohen Schaden. Vor allem, ich bin hier gerade über 580 vom Power Level her. Falls jemand von euch noch niedriger ist vom Power Level, könnte das hier ganz schön knapp werden. Sucht euch am besten ein paar gesellige Freunde dazu, die euch hierbei helfen. Falls nicht, Solo, wie gesagt, ist das ja auch machbar. So, wenn wir das dann alles hier gemacht haben und die drei Ritter getötet haben, dann wird uns Toland wieder mit dieser weißen Kugel den Weg zeigen. Das ist eigentlich ziemlich einfach und zwar da, wo wir hergekommen sind, da löchtet auch ein großes blaues Kristall und da müssen wir dann nur noch hinspringen. Achtung, auf dem Weg sind ein paar Gegner, aber das ist überhaupt kein Problem. Sind wir dann nämlich dort angekommen, steht auch schon die Kiste bereit, wo wir dann den Loot finden. So, das war es auch schon für dieswöchige Aszendenten Herausforderung. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und supportet damit den Kanal. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal auf VeneroTV. Bis zum nächsten Mal.